Bei der Bike Transalp 2018, letzte Etappe sind wir heute und ja, gewisse Anspannung haben wir noch, aber wir freuen uns auf die letzte Etappe und auf Auto. Vorfreude und gleichzeitig Anspannung. Wir wollen heute alles noch mal probieren, angreifen und dann schauen, was am Ende rauskommt. Ja, man kommt dann über den letzten Berg und sieht schon den See und weiß, okay, jetzt ist man gleich da. Ja natürlich, genial. Jetzt haben wir die Bike Transalp zum vierten Mal gewonnen. Ja, mit dem Tagessieg die Rundfahrt abzuschließen ist natürlich mega genial. Das ist emotional, das ist super für uns. Vielen Dank.